So mein Mann, etwas Heftiges ist passiert. Soeben wurde das Video von MassengeschmackTV von Funk gesperrt, in welchem Holger Kreimeyer von FernsehkritikTV kritisch über die Dennis Leifels-Doku, also über die Drachenlord-Doku Hass ist ihr Hobby, berichtet hatte. Wenn man versucht, das Video Hass ist sein Hobby, also so hieß das Video, von FernsehkritikTV aufzurufen, dann bekommt man folgende Meldung. Dieses Video enthält Inhalte von Funk, von ARD und ZDF. Dieser Partner hat das Video aus urheberrechtlichen Gründen gesperrt. In seiner kritischen Aufarbeitung hat Holger Kreimeyer von FernsehkritikTV sich mit der Dokumentation Hass ist ihr Hobby auseinandergesetzt. In dieser Dokumentation ging es, wie wir wissen, um den Drachenlord. Der Journalist Dennis Leifels hat den Drachenlord zu Hause aufgesucht, obwohl das Drachenlord nicht wollte. Es hat sich hierbei laut Holger Kreimeyer um eine Betroffenheitsreportage gehandelt. Holger Kreimeyer hat den Journalisten Dennis Leifels in seinem Video dafür kritisiert, dass er, obwohl er eine Betroffenheitsreportage über den Drachenlord macht, zu ihm nach Hause fährt, seinen Wohnort nennt und sein Haus auch zeigt. Der Tenor von dem Video von FernsehkritikTV war folgender, dass Dennis Leifels über seine Dokumentation, die ja in der ARD ausgestrahlt wurde, die Situation am Wohnort von Drachenlord eher verschlimmert als verbessert. In der Ausarbeitung von FernsehkritikTV wurden auch Ausschnitte von dieser Dokumentation gezeigt. Auf diese Ausschnitte wurde dann allerdings umfangreich eingegangen. Von daher kann man schon sagen, dass diese Ausschnitte nicht um ihrer selbst willen verwendet wurden, sondern im Rahmen einer kritischen Auseinandersetzung. Nun allerdings wurde das Urheberrecht dazu verwendet, um eine kritische Ausarbeitung zu entfernen. Und die Ironie an dem Ganzen, die Dokumentation selber bedient sich ja auch an dem Zitatrecht. Es wurden zahlreiche Videos über den Drachenlord in dieser Dokumentation reingebracht und hier haben sich ja auch die Produzenten auf das Zitatrecht bezogen. Ich kann das Gefühl nicht loswerden, dass hier eine kritische Auseinandersetzung unter dem Deckmantel des Urheberrechts zensiert wird. Ich hoffe, dass das Video, Zitat, Hass ist sein Hobby wieder hergestellt wird, weil ich meine, das gehört einfach auch zu dieser Auseinandersetzung dazu. Und das sollte die Meinungspluralität eigentlich auch erlauben dürfen. Und ich bedanke mich für jegliche Form der Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Morgen, Mittag oder Abend. Bewertet ruhig das Video und bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl, euer Herr Newstime!